Wir wollten aber auch den größten und variabelsten Golfvariant in der Geschichte des Golfs entwickeln. Auch das haben wir umgesetzt. Das Kofferraumvolumen beträgt jetzt 605 Liter. Das sind 100 Liter, also 20% mehr als im Vorgegangen. Und auch die Lademöglichkeiten sind vom Feinsten. Wir können den Beifahrersitz umklappen und haben damit...